Weiter geht's mit Niklas. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist und den Wildcard-Team. Wer ist sie? Wo kommt sie her? Wer ist das? Hab ich gerade irgendeinen Aussetzer? Oder wer zur Hölle ist das? Also das ist Affe und Bike. Hatten wir das? War das Mädels-Team Wildcard? Haben wir das geguckt? Warte mal ganz kurz. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht das, wie ihr natürlich schon längst gelesen habt, auf ihrem Kanal zu... Ja genau, Affe und Bike. Genau, den, der aus den 18ern kommt. Daran kann ich mich auch erinnern. Aber wer zur Hölle ist die andere? Krass, ich hab die schon mal wirklich gesehen. Ach, das ist die Fotografin! Ich kann mich erinnern. Okay. Aha. Okay. Es tut mir leid. Ich konnte mich null an sie erinnern. Wirklich gar nicht. Okay. Let's go! So, dann würde ich mal sagen... Hannah ist Ranger und Tierfotografin. Ja! Rangerin! Ach so, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Tierfotograf, genau. Das ist mir dann wieder eingefallen. Aber Ranger ist... Das ist irgendwie weg bei mir gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall, sie kennenzulernen. Nice! Also, für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich sie sehe, weil Affa und Bike hatten wir uns das Bewerbungsvideo angeguckt, aber von Hannah nicht. Deshalb, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bin gespannt, ob die tatsächlich Feuer machen dürfen, obwohl dort Voltbrände in British Columbia herrschen. Oh. Wir werden auf jeden Fall es früher oder später erfahren. Niklas, Hallöchen! Es wird die Flasche gepackt. Werkzeug testen. Niklas und Feier. Training mit den Mädels. Sam vs. Wild. Let's go! Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich bin mit den Mädels unterwegs. Das Frauenteam für Sam vs. Wild sind vorbeigekommen. Wir probieren heute einfach mal ein paar Sachen aus. Machen ein bisschen Skilltraining. Du warst ja erst vor kurzem genau da, wo es abgeht. Jo. Und weißt ja nicht so vegetationstechnisch genau, was man da hat, was man braucht. Du bist auch immer draußen. Also ich brauche euch ja nicht die Basics erklären, aber wir probieren einfach ein paar Sachen aus, weil das kann man nicht oft genug ausprobieren. Ich war auch schon mal sieben Tage in Schweden. Wir legen einfach los, oder? Sehr gut. Klingt gut. Was ich gerade gesehen habe, ich habe hier Waifut reingepackt. Guckt es euch mal an. Du musst noch ein bisschen zunehmen, wa? Was? Ich habe schon. Seht ihr das? Das ist schon geworden. Also ein bisschen Waifut für die Pause. Falls ihr Waifut auch mal ausprobieren wollt. Was? Hä? Was war das für eine? Hä? Warte, was war das für eine Anspielung? Hä? Habt ihr das verstanden? Never ist sie schwanger. Aber weil sie... Hä? Was war das für eine Anspielung? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wurde mich so... An, du musst noch ein bisschen zunehmen, wa? Was? Ich habe schon... Seht ihr das? Das ist schon... Das ist schon geworden. Also ein bisschen Waifut für die Pause. Ach nee, sie hat einfach ein bisschen mehr gegessen. Okay, gut. Keine Ahnung. Das war einfach nur sehr unglücklich ausgedrückt, glaube ich. Was ich euch auch noch zeigen wollte. Das ist hier 41 halbbar. Das sind solche Schokobars. 41? Kann man auch klein kosten. Wissen schon kosten? 2041? Das war eigentlich für die Pause gedacht. Hat er das gerade ernsthaft gemeint? Das ist eine Massephase, mein Lieber. Das eskaliert sofort hier. Wir wollten eigentlich was mit Sägen machen. Jetzt wird das noch was gegessen. Wir müssen das auch nicht aufessen, weil das ist wirklich viel. Würde das mischen, würde Elektrolytpulver mit reinhauen, Elotrans und sowas, dass wir so eine schöne, eklige Paste haben, die aber übelst knallt. Ja, super. Genau. Wir gucken jetzt mal nochmal, was sägentechnisch so geht. Ob man die Opinel mitnimmt. Die Kettensäge ist gesetzt. Und dann haben wir noch eine dritte Säge am Multitool. Ich würde sagen, das ist jetzt so eine Stärke, die ihr bei Seven vs. Wild auch sägen könntet. Das ist eigentlich sowas schon voll geil, um darum so ein Sheltertheorie nicht zu bauen. Ja, voll. Das hier ist Jackpot. Magst du probieren? Weil ich habe schon mit der gearbeitet. Boah, ist das Premium, Alter. Richtig geil. Also es ist ja gar nicht anstrengend. Also es fühlt sich bequem an. Ja, das ist geil. Wenn du merkst, dass sie irgendwie klemmt, dann musst du aufhören, sonst klemmt die sich richtig fest. Ging das bei euch nicht in sechs Sekunden? Ja, wir haben auch anders gezogen. Hau mal rein. Ja, aber so ist ja Energieaufreiben. Das will man ja nicht vor Ort, oder nicht? Ja, das ist halt so ein Mittelding. Das musst du halt ausprobieren. Ob du jetzt wirklich full... Genau. Vor Ort würde ich es safe so machen. Also es sieht zwar derbe uncool aus, aber es ist halt so, wenn ihr das richtig doll macht, dann zippert das ja schon an der Energie, oder nicht? Ja. Ja, ja, voll. Das solltest du ja im Idealfall auch an Tag einzumachen. Ich könnte sagen, ich glaube schon. Wenn du es langsam machst, raubt das ja gar keine Energie. Wenn du es schnell machst, schon, finde ich. Mach mal den zu zweit. Wenn ihr so etwas wiegendes habt, könnt ihr das Holz so ein bisschen lesen, sagt man. Jetzt ist ja die Last so, dass hier oben zieht es ja auseinander und unten wird es gestaucht. Das heißt, ihr müsst in dem Fall oben rein sägen, damit es nicht klemmt. Und wenn das aber anders aufliegt, dann müsst ihr von unten sägen, sonst klemmt es dann oben. Boah, Junge, ist das geil. Was richtig geil geht, was wir getestet haben, so mit beiden Händen so dastehen und so mit dem ganzen Körper. Dass du nicht nur die Arme nimmst, weil sonst sind die Arme bei Zeiten zu. Oh Gott, hatte ich. Alter, Muskelkarte morgen lässt es raus. Das ist voll das geile Arschtraining eigentlich, ne? Voll. Squats. Hey, geil. Geil, oder? Das ist heilig einfach Gold. Krass. Also das muss man mitnehmen. Das ist wirklich chillig. Unter einer Minute. Das ist ja auch so eine Dicke, die könntest du mit dem jetzt noch sägen und das passt gerade noch so. Sieht halt jetzt schon hundertmal anstrengend. Ja, Mann! Ist es auch. Das sieht so aus, als ob man mit so einem Brotmesser so versucht, das durchzuh- Oh mein Gott. Also im Gegensatz zu dem anderen. Ja. Also dafür, dass gestern die Herzrhythmusstörungen festgestellt worden sind, ist mein Herzgrad sogar noch im Rückmuss. Also es hat mir so gut im Rhythmus gesägt. Ja, Mann. Ja, es ist halt komplett beschissen. Ja. No front. Das sieht halt aus wie ein Brotmesser, ne? Ich meine genau so einen. Ja. Den brauchst du vielleicht für Werkzeug, wenn du den Knüppel bauen willst. Dafür ist die halt cool. Mach mal mit dem und dann machen wir mal mit dem. Ich mach mal hier. Ja. Ich meine klar ist das cool, aber es nimmt so viel Platz weg, was man sich einfach sparen könnte. Ja vor allem... Ihr könntet auch überlegen, was nicht so viel Platz weg nimmt, ihr nehmt nur das Sägeblatt mit und schrauben und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das euch noch baut vor Ort. Ja. Und die Knüppel bauen nämlich. Ja. Und jetzt würde ich es eigentlich einfach... Ja. Aber wir vermuten halt, dadurch, dass sie sehr viel am Feuermachen sein wird und ich sehr viel auf Fang sein werde, werden wir wahrscheinlich auch öfters nicht zusammen sein. Wir haben es schon aufgeteilt. Nice. Und wir sagen auf jeden Fall wahrscheinlich das Leatherman nehmen. Und für Angelbau und so reicht das ja. Ich wette ja nicht so einen fetten Stock, den kann ich eh nicht tragen. Ey, ich bin so gespannt, ne? Wie die das dann auch so zusammenschneiden und so. Wisst ihr? Weil die haben ja schon gesagt, wir teilen uns ein bisschen auf und sowas und die anderen Teams werden das bestimmt auch machen. So, die Person macht das, die andere Person macht das und sowas. Ich bin da richtig gespannt und richtig hyped, wie das so vor Ort dann so passiert und sowas und so abläuft. Ähm. Das war gerade voll hyped, ey. Das war voll eine coole Aussage gerade. Aber geht echt erstaunlich gut, ne? Für so ein kleines Teil. Ja. Also es ist zwar anstrengend. Aber ich meine auch da, guck mal, wenn ich jetzt da drin will, ich würde mich da einfach einfach ganz langsam so. Es juckt ja nicht. Ja, ja, wir haben jetzt halt... Ja, ja, wir haben jetzt halt... Ich kann das einfach dort ein bisschen schneller machen. 14 Tage. Du musst trotzdem daran denken, dass die sägen... Ja, die harmonieren super, ne? Hab ich ja auch gerade gedacht. Die brauchen schon einen gewissen Druck. Also wenn du jetzt wirklich gar keinen Druck machst... Also schon so aufgeteilt, so, ja du machst das, ich mach das und so. Du musst ein gutes Mittelmaß finden. Wirken cool zusammen. So ist jetzt nicht anstrengend. Und es sägt trotzdem. Aber es dauert halt ewig. Genau. Waren wir jetzt so, dass es anstrengend ist? So finde ich es anstrengend. Ja. So finde ich es anstrengend. Hi! Ich bin auch ein Lamm. Das hast du auch nicht vergessen. Finde ich Persönlichkeit jetzt null anstrengend. Ja. Sieht aber schon anstrengend aus. Boah, die Werbung geht für fünf Minuten, Leute. I'm sorry. Für die Werbung. Viel anstrengende. Nee, lass uns das lassen, oder? Zwischenfazit. Wir haben jetzt noch nicht viel gemacht, aber ein paar Schnitte. Und eigentlich kann man sagen, die Kettensäge ist es für alles. Und wenn du jetzt wirklich so kleinen Feinscheiß machen willst, nimmst du halt die hier. Aber ey, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich, wird das sowieso nur ich benutzen, wenn es immer darum geht, irgendwie eine kleine Angel oder... Und da habe ich auch... Ja, dann ist wahrscheinlich, wenn ihr das euch schon so eingeteilt habt, dass du die Baumeister und Feuermeisterin bist hauptsächlich und du bist auf Jagd und Angeln, dann ist es glaube ich geil, wenn du das kleine hast, weil das reicht, um den Fisch kalt zu machen, dann baust du dir noch einen schönen Knüppel zum draufkloppen. Genau. Und du hast das große Messer dabei und die Kettensäge damit bist du... Und das Sägezeug, das große müssen wir zu zweit machen und den kleinen Scheiß. Auch dieses Angelding, ne? Gehe ich halt zu ihr, sag, lass mal kurz sägen. Das meine ich ja. Wir sind ja zusammen dort. Das bin ich noch nicht gewohnt, da muss ich erst dran gewöhnen. Du warst ja erst da, was ich noch überlegt habe, was ist mit einem Speer? Kannst du hier so ein kleines Becken bauen? So ein kleines Fisch-Auffangbecken, sag ich mal, mit Stein. Und dann einfach mit so einem Speer von oben, zack, rein? Ja, ich habe von so einem Indianer solche Spitzen, die er selber aus Stein gemacht hat, geschenkt bekommen. Und da haben wir so ein Dreisperrding gebaut. Und da hackst du halt gerade zu der Lachszeit, da sterben die ganzen Lachse weg. Die sind schon super schwach. Kannst du einfach raufhauen und hast Lachse dran. Ich vermute ganz stark, dass wir in einer Region sind, wo es keine Grizzlybären gibt. Und die Schwarzbären, die kannst du easy verjagen. Also die haben so Angst vor dir. Du gehst da hin, bist ein bisschen laut, gehst auf den zu und... Easy. Sieh mal, es ist komplett schon durchgedribbelt hier, das Game. Die gehen halt weg. Let's go. Grizzlys sind die... Ja, aber eigentlich wird das auch ein bisschen überdramatisiert. Grizzlys sind eigentlich so, die machen einen Bluff-Move. Das ist hauptsächlich der Grund, warum wir so Angst haben. Der sprintet übelst auf dich zu. Und du musst dann halt einfach stehen bleiben. Und in sehr vielen Fällen... In den meisten Fällen dreht er dann wieder ab. Und schreist du den dann an? Und was, in den nicht meisten Fällen? Oh mein Gott. Da bleibst du nur stehen. Nee, beim Grizzly bist du eher ruhig und beim Schwarzbär bist du eher laut. Und auch beim Schwarzbär... Geisch, der war vor, das ist so Nacht und du denkst so, Grizzly ist der Schwarzbär, Grizzly ist der Schwarzbär. Gleich ist der Tag, gleich ist der Tag. Aaaaah, fach, war der Falsche. Also ich kann nur sagen, ich hätte gerne eine Waffe dabei, wenn ich da wäre. Und dann hast du auch direkt dein Essen am Start, ne? Genau. Schwarzbär? Kann man jetzt einen Bär einlegen, auch wenn es nicht erlaubt ist, aber wenn man das machen würde. Dann würde man sich Strafe machen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Also in Deutschland ist es so, wenn du irgendwas tötest, was du nicht töten darfst, ist das Wilderei. Grizzlybär. Und dann noch Verstöße gegen gewisse Schutzgesetze. Also ich war ja damals in British Columbia in so eine Jagdhütte damals. Also wir hatten da Urlaub gemacht und da waren so ganz viele Jäger und sowas. Weil wir waren im Outback, also komplettes Outback. Da war wie fünf Kilometer bis zum nächsten Nachbarn und so ein Zeugs. Also das war echt krass. Und morgens war da immer so eine Büffelherde und so, die ist dann so lange verlaufen und sowas. Und da hatten die immer so Genehmigungen gebraucht. Also tatsächlich ist es sogar gewesen, aber ich war damals zu klein. Ich weiß nicht. Irgendein Jäger hat aus Versehen einen Bär. Ich weiß nicht mehr welchen Bär. Keine Ahnung. Irgendeinen Bär hatte er anscheinend geschossen gehabt, obwohl er das nicht durfte. Und die hatten richtig Trouble. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Aber ich war damals noch zu klein. Also keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht so dafür interessiert. Aber das war ein riesen Thema da beim Frühstück mit allen. Die haben da richtig Panik geschoben. Ich bin gespannt, ob wir Elche sehen, weil ich glaube, am meisten Angst, in Anführungszeichen, musst du sowieso vor Aggro-Elchen haben, die ihre Jungen dabei haben. Ja, wobei Elche, die sind super schlecht im Sehen und die sprinten auf dich zu. Und du kannst einfach einen Schritt zur Seite machen und die schneiden das nicht. Alter, sie hat so eine Ahnung. Ich feiere das, Girl. Das ist richtig toll. Ja, ja, ja. Schieß dich einfach auf. Wir wollen ja noch eine Zwille bauen. Jep. Lass uns mal ein... Oh, ist doch super. Okay. Du sagst mit Katapult. Auf den Bären. Warst du nicht auch diejenige, die gesagt hat, die will ihren Schlupper dafür verwenden? Ja, ganz genau. Hä, das geht. Ohne Witz. Gibt es denn eine gewisse Marke, die man dann braucht? Oder geht das mit jedem? Das geht mit... Na, nö. Also diese richtig dünnen Tangas. Diese... Arschzerreißer. Ja. Cut. Cut. Den... Wir können ja noch mal gucken, ob wir noch einen anderen finden. Ich liebe das Mädels Team, ich bin das grad mega sympathisch. Kurze Frage, ne? Haben die Mücken euch gar nicht zerstört? Bis jetzt? Ne. Nur dich? Ja, ich hab schon einige Mückenstiche. Ja, wollen wir dann gleich mal das Imprägnier-Spray dir auftragen? Bei Seven Mothers Wild Staffel 1 war ich der Einzige, der seine ganzen Klamotten in Nobyte Imprägnier-Spray eingelegt hat. Und ich hatte keinen einzigen Mückenstich. Mega. Und das ist auch so der Plan für die Mädels, dass wir Klamotten alles komplett mit dem Zeug einjauchen, dass die mückentechnisch gar keine Probleme kriegen. Besser ist es. Oh, ist das Premium. Das Teil sieht schon cool aus, diese Handsäge. Ja, genau so. Das sieht aus wie eine Fahrradkette, oder? Wenn du hier auf dir sagst, schlägst du mich jetzt schon da hoch. Die können sich jetzt schon gut leiden. Wenn du mit der Zwille was geschossen hast, Eichhörnchen oder irgendwas in der Größe, und dann musst du es töten und hast du das Latterman dabei, dann kannst du das, dann machst du hier Spitzen dran, und dann kannst du es auf den Boden drücken und damit erdrosseln. Das macht man nicht eigentlich, wenn man jetzt theoretisch, und ich will es nicht gutheißen, aber so haben die das vor Ort gemacht, die haben auch mal auf den Kopf getreten, einmal so gemacht. Und dann ist halt... Geht auch... Also du kannst Tiere auf viele Arten und Weise töten, ist halt, sag ich jetzt mal, nicht weitgerecht, weil der Sinn ist eigentlich, dass das so schnell wie möglich tot ist und dass es was merkt. Und wenn du den Kopf umdrehst, überstrickst du die Halswirbel... Alter, ich kann nicht meine Fliege umbringen. Ich hab dafür einen Schnappi. Und ich setze sie raus. Also die Mücken, okay. Aber... Boah. Hardcore. Und damit wird die Verbindung von Kopf zu Körper durchtrennt und die Nerven waren es durch. Und dadurch haben die sofort quasi keine Schmerzen. Dann gehen wir jetzt mal das Messer testen, betonen und bauen die Zwille, oder? Perfekt. Bin ich dabei. Panker oder was? Ja, hast du dabei? Ich hätte sonst noch eben zur Not. Sehr gut. Er, warte, stopp. Wait a second. Warum hat Niklas einen? What? Aktuell steht noch nicht fest, welches Messer die Mädels mitnehmen. Wir sind noch am testen. Ja. Das ist das, was ich in der Flasche hatte, was man auseinander bauen kann. Das ist von Fortworks. Und parallel dazu haben die Mädels... Achso. Keine bezahlte Werbung dafür. Ich wollte es nur so einreden. Ich wollte es nur einreden. ...die Otto in Staffel 2 dabei hatte, bauen. Die haben ein Messer gebaut. Das ist hier aus Titandruck. Das ist auch zweiteilig. Und das steckt nur bis hier hin drin. Und dann schraubst du das mit Madenschrauben fest. Der Griff ist in Hohl. Wir testen jetzt, ob das so stabil ist, dass wir da wirklich richtig drauf kloppen können. Und von Schanz haben wir auch noch eins bekommen. Also das ist nur der Prototyp, weil ich wollte das Chimping weg haben. Das ist ultra nervig. Warum machst du es? Weil du genau da den Feuerstahl entzündest. Und du brauchst es halt. Aber eigentlich könnt ihr das machen. Warum mache ich das eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht, warum du das machst. Weil er ein Gentleman ist. Deshalb mach das. Wie willst du dich sonst ernähren in einer Notensituation? Ich hoffe einfach nicht, in so eine Notsituation kommen zu müssen. Ganz einfach. Es gibt einen Grund, weshalb ich kein Bewerbungsvideo eingesendet habe, ihr Lieben. Und dass das Vadis-Team ist. Und ich auf meinem Tussi-Stuhl hier sitze und mir einfach nur denke, OMG, crazy, was da abgeht. Dein Maul ist das geil. Geiler Scheiß. Warte mal. Nur weil ich das Projekt feiere und liebe, helst es nicht, dass ich teile das Projekt sein möchte. Das sind seine Handschuhe. Guck mal, wie ich das aufdrücken kann. Alter, halt deine Maul. Krass. Achso, wenn ihr zu zweit seid, wisst ihr wie man ein Messer richtig übergibt? Das ist mir gerade aufgefallen. Ja, so. Hä? So. Dass du die Klinge, die Klinge schaut zu dir und die Schneide schaut nach oben. Weil so kannst du jetzt einfach wegziehen und es passiert nichts bei dir nicht und bei mir nicht. Und du solltest es auch eigentlich nach außen, weil wenn du jetzt stolperst und in mich reinfliegst, dann geht es weg. Und wenn ich es so habe, fliegst du aber in mich rein. Okay. Oh krass. Guck mal, hast du gelernt hier. Cool. Okay. Ich hätte es so gerne mal sagen. Was haben wir gesagt? Ja, aber Leute, es ist schon... Es ist ein tafes Projekt. Ich sage es so, wie es ist. Es ist wirklich, wirklich krass und ich bewundere wirklich jeden Einzelnen, der da drin ist, schon drin war, reingeht, eine Bewerbung gesendet hat, die ernst gemeint ist. Und ich finde es einfach wirklich, wirklich ein geiles Projekt. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Staffel und ich liebe es einfach. Aber... Leute, jetzt mal im Ernst, so... Alter. Alter. Grizzly-Bären. Really? Ich würde mir in die Hose kacken. Ich könnte gar nicht so viel Pampers mitnehmen, was in die Flasche gar nicht passen würde, wie ich bräuchte. Messer arbeitet. Also einfach vom Körper weg. Wenn du hinter... Umso weiter hinten du anfasst, umso größer ist der Hebel. Genau. Jetzt kannst du richtig so zack aus dem Handgelenk. Wow. Wie sieht das nicht so professionell bei mir aus? Wenn du es so nach hinten hältst und so schlägst. Weil so kannst du dich selber nicht killen. Das ist Gewohnheitssache, das geht voll schnell. Geil. Ich mache das so, ich drücke mir das auf den Boden und schlage das einfach so runter. Ja, genau. So hätte ich das jetzt auch gedacht. Du musst halt im oberen Bereich aufpassen. Ja, und wenn du halt abrutschst, ist das halt wirklich viel entastet, ist das halt mit dem hinter dir vielleicht nicht so geil. Ich finde das ultra gemütlich mittlerweile. Fühlt sich das geil so in der Hand an für dich? Das ist voll geil. Ich finde den Griff fast zu lang, aber ich habe halt eine kleinere Hand. Ja gut, stimmt. Die Handschuhe sind geil. Ja, da kannst du dich auf alle Fälle nicht verletzen. Und wichtig ist halt, guck mal, die passen jetzt perfekt wahrscheinlich. Die sind atmungsaktiv. Du kannst Touchscreen-Displays bedienen. Also auch bei der GoPro, wenn du da was einstellst. Und die sind auch, haben eine gewisse Hitzebeständigkeit. Wenn du das Wasser abkochen kannst, du kannst das Ding damit anfassen, ohne dass du dir die Hände verbrennst. Genau, und jetzt musst du da, genau, sehr gut. Ja, cool. Geht leichter als erwartet. Genau, und dann kannst du quasi bei den, wenn du Feuerholz vorbereitest, ist es sinnvoll, wenn du dir quasi die ersten richtig, richtig dünn machst. Und die würde ich mir auch, wenn ihr jetzt Glück habt und in den ersten Tagen regnet es nicht und ihr habt die Möglichkeit das Zeug irgendwo einzulagern, bereitet euch das Anzündholz vor. Ich hole euch mal ein dickes Stück Holz. Dann könnt ihr mal was dickeres betonen. Das kennen wir ja schon aus vorherigen Schaffeln. Dann kann ich ihr das auch nicht wegnehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt hinkommen würde und sagen würde, ich mache Feuer, dann wird ihre Laune so runtergehen. Wir müssen das beide können, wenn es einmal kacke geht. Also jeder soll sowieso alles können, aber natürlich macht es Sinn. Ich meine, ich mache halt jetzt auch seit Wochen nichts anderes. Also ich mag es halt einfach super gerne zu fischen und mich da auszuprobieren, während sie es halt super gerne mag, sich am Feuer da auszuprobieren. Und am Messer. Guck mal, wie geil das ist. Oh, ganz schön gut aufgeteilt. Mega. Die harmonisieren mega. Boah, das ist echt geil. Das ist schon cool. Boah, Alter. Nee, was habe ich gesagt? Harmonisieren. Harmonieren. Harmon. Jetzt hört sich das Wort komisch an. Harmonieren. Digga, was für ein Wort. Auf jeden Fall, die sind ein sehr harmonisches Team. Das möchte ich damit ausrechnen. Darf ich mal probieren? Oder möchtest du gerne den? Nein, nein, du kannst. Ja, jetzt springst du nach unten. Ja, geil. Und jetzt, jetzt wie von der anderen Seite nochmal. Warte mal, wollten wir nicht irgendwie die Flasche sehen? Flasche packen stand hier doch. Ach so, wir haben es jetzt testen. Ich war gerade so. Hä? Stabil. Wie habt ihr das jetzt gemacht? Ich habe rumgekloppt. Ich war kurz nicht da. Warum ist das Ding auseinander oder was? Ja, die hat gesagt, wir müssen das beide. Ja, ja. Für nassen Holz ist der Kern immer noch trocken. Einfach raus. Was geiles Feuerholz ist das, was am Wasser liegt, aber trocken ist, was so angeschwemmt ist, was so richtig ausgedörrt ist. Das ist ja richtig feucht. Apropos trockenen. Das müsstet ihr, wollte ich gerade sagen, das müsstet ihr auf alle Fälle ans Feuer legen. Das machen wir immer so, dass wir das quasi, wenn das jetzt die Feuerstelle ist, legen wir das so einfach drum rum. Genau. Und stapeln das so hoch. Und Vancouver Island haben wir auch Red und Yellow Cedar. Und wenn man da die, oh das ist auch geil, man kann die Rinde abmachen, kann das zum einen zum Shelterbau benutzen, man kann sich daraus Sachen flechten, Körbe flechten, Kleidung flechten. Und das Innere vom Cedarbaum kann man sich auf die Arme schmieren und das hilft auch gegen Mücken. Weißt du, das war nämlich das, was ich sagen wollte. Du kannst mit Popel und Ohrenschmalz, kannst du, weil das eiweißhaltig ist, das an deinen Haken ran machen und damit im Notfall Fische fangen. Und dadurch, dass auf Vancouver Island beispielsweise super wenig bis gar keine Regenbäume vorhanden sind, kannst du einfach, falls du was hast, das an deinen Haken ran machen. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt letztens so ein Shortform Video gesehen. Da wurden einfach die Ohren gereinigt. Alter, wisst ihr eigentlich, was da rauskam? Seitdem überlege ich auch sowas zu machen. Alter, kam gefühlt ein ganzes Tagebuch raus. Das war richtig krass, was einfach in unseren Ohren ist. Sollte man sowas öfter machen? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Weil ja, könnt ihr mich gerne mal kontaktieren und eure Erfahrungen mit mir teilen, ob man sowas machen sollte oder nicht. Sollte ich mal zum Ohrenarzt gehen und das auch mal so reinigen lassen? Weil das sah schon echt so aus, als ob da wirklich so ein Schatz gefühlt aus dem Ohr rauskam. Da kam alles raus. Das war echt krass. Also das sah schon wild aus. Ohr schmalzt, damit du beim Feuer bohren, damit du keine Reibung hast. Ja, damit du das oben schmierst, den oberen Teil, damit du oben keine Reibung. Ohne Scheiß. Ja klar. Ich mache das Holz dünner, damit ich das dann durchtrennen kann. Ist quasi auch eine Methode, wenn die Säge gerade nicht zur Hand ist oder es nicht so will. Voll cool, dass ihr aber auch gleich Vorbereitungsvideo macht. Seht ihr euch gerade zum ersten Mal live? Das ist ja cool. Ich bin bei eurem ersten Aufeinandertreffen dabei. Ja. Bei unserem Blind Date. Und hast ihr euch schon? Ja voll. Merkst du es nicht? Ja. Wir harmonieren überhaupt nicht, finde ich. Das ist echt. Also ich weiß gar nicht. Ich finde, ihr harmoniert sehr gut. Ja. Weil Affe ist die ganze Zeit so voll aufgedreht. Du bist so based. Aber du kommst mit dem Aufgetreten zumindest die Außenwirkung so, kommst du gut klar. Boah nee, also tief in mir nervt sie mich ja jetzt schon zu tot. Du sagst du so einen schwarzen Humor, ne? Aber ich glaube, sie braucht auf jeden Fall auch mal so Zeiten so Ruhe, wisst ihr? Wenn eine Person immer so aufgetreten ist, dann braucht man auch irgendwann mal kurz ein bisschen Ruhe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Du darfst treten. Ich? Ja, weil du das so gern magst. Du bist ja hier der. Du hast solche freaky Schuhe an, damit geht das. Genau. Ja, oder mit einem. Ja, genau so. Das ist Verletzungsrisiko. Weil ich mich selber raushäme? Ja. Oh ja. Darf ich trotzdem noch ausprobieren? Natürlich. Okay. Stabil. Das haben uns die Rueinwohner in Peru gezeigt, wie die das Holz spalten, weil zum Feuermachen reicht es ja eigentlich, wenn du es nur einmal in der Mitte aufspaltest. Wenn du jetzt das Ding hättest und du würdest das klassisch betonen, machst du mal so ein Stück, so ein Stück, so ein Stück. Das heißt, du musst vier Teile einmal spalten. Du kannst auch das ganze Ding mit einmal spalten. Und die machen das so, die schwächen quasi eine Seite so zur Hälfte. Und dann schwächen die die andere Seite gegenüberliegend. Ich weiß nicht, ob es mit dem klappt. Also die machen das mit Bambus und mit anderem. Dann klopfst du das so drauf. Guck mal, ihr seht es schon. Ah, ja geil. Jetzt spaltet sich das ganze Ding so auf. Okay, geil. Und dann kannst du das quasi auf der gegenüberliegenden Seite noch machen. Das ist natürlich geil. Du hast mal auch Handschuhe gebraucht. Guck mal, ich habe es hier zu wenig gemacht. Deswegen ist es quasi so halbiert. Aber wenn ihr wirklich zum Beispiel irgendein Nadelholz habt, das schön gerade ist, dann machst du das einmal und hast das Ding gespalten. Und du brauchst dann nur eine große Oberfläche. Hier geht es besser. Sieht auf jeden Fall gut aus. Boah. Und dann hast du es einfach quasi Oberfläche geschaffen. Easy. Und das ist ja eine geile Größe fürs Feuer. Babb rein. Babb rein. Und das ist viel weniger Aufwand, als wenn du jetzt viermal die ganze Sache machen musst. Du bist energieeffizient. Das ist auch was. Du magst ja Fische gar nicht, ne? Wenn man jetzt sagt... Bist du Anti-Fisch? Komm, reden wir nicht über Fisch. Wirklich? Deswegen wird das heute... Fuck. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass es mir nicht schmeckt oder so. Sondern seit ich klein bin, es ekelt mich vor Fisch. Also so richtig. Ich war in Norwegen und die haben so geil gekocht. Und ich habe diesen Fisch probiert, weil er echt geil aussah und er hat so gut geschmeckt. Und so bei der Hälfte hat mein Hirn umgeschalten, was ich da esse. Das hat mich so geekelt und ich wollte am liebsten kotzen. Krass. Weil ich das so eklig finde. Ich hatte als Kind auch Albträume von Fischen und so. Also ich bin da... Keine Ahnung warum. Du musst dir erzählen, dass es ein Eichhörnchen oder ein Vogel ist. Genau. Und machst so eine Suppe, aber es ist eigentlich Fischsuppe. Es ist eigentlich Fischsuppe, ja. Ja. Und dann kotzt sie erst, wenn sie beim letzten Schluck eine Grete merkt. Krass. Das ist ein Stück Knochen vom Eichhörnchen. Ein ganz dünner Knochen. Oh, oh. Oh, oh. Grete. Oh, wenn ich dran denke, Alter, mir steigt die ganze Laut auf. Weißt du? Ich hab hier... Wie nennt ihr das ganze Laut? Ganser Laut. Die ganze Laut. Die ganze Laut. Ja, paar österreichische Werte muss ich schon raushauen. Ja klar. Wir sind gerade bei Knotenkunde angekommen. Wir machen jetzt den Mastwurf. Einfacher Knoten. Ich zeig ihn mal kurz für euch das Video. Ihr macht eine Schlinge. Ihr macht noch eine Schlinge. Gegeneinander verdreht. Also, dass die Enden, die nach unten gehen, jemals auf der anderen Seite sind. Und dann legt ihr die nur übereinander. Dann kommt dieser Knoten raus. Das ist einer der festesten und sichersten Knoten, die es gibt. Und das ist halt wirklich so ein ganz einfaches Ding. Easy. Das machst du... Ich mach einfach mal auf die Anhängerkupplung. Zack. Rübergelegt. Festgezogen. Bam. Das Ding ist bombenfest. Da könnte ich mich ranhängen. Und man kann ihn halt auch wieder öffnen. Das ist auch gut. Okay. Ja, komm! 24 mal gesund essen für 87,89 Euro. Genau. Das kannst du jetzt mit dem neuen Probierpaket verlösen. Alter, wieder zwei, drei Minuten Werbung. Ey, crazy. Wie guckt es denn so lange Werbung an? Wenn das die BG sieht. Ja, aus zwei Gründen. Wenn wir jetzt die Zwille einfach bauen, mit der Rinde noch dran. Da wir jetzt fixern müssen. Was finden die? Wenn wir das Ganze einfach so jetzt mal ausprobieren. Im Schnelldurchlauf. So sieht das jetzt aus. Du bist die Zwillenschützin. Guck mal, wie rum du die halten willst, die Zwille. Wie sie dir besser gefällt. Warum würde ich sie halten vermutlich? Ja. So? Genau. Geil. Mastwurf. Festfern. Mach mal rum. Mach mal rum. Der hält stärker, wenn du quasi einmal ihn noch überschlägst. Ein Eichhörnchen damit treffen. Dann hast du einfach irgendeinen Knoten hinten drauf. Kann ich glauben. Das ist der gleiche. Wenn jemand keine Knoten kann, dann macht er einfach irgendwas. Warte. Einmal so. Genau. Den anderen so. Und dann jetzt so zusammen. Jetzt hintereinander vorbei. Ja. Ah, hintereinander vorbei. Dann haben wir das für Fehler. Ja, okay. Boah, aber. Ist gut. Aber die Teile, die kürzen wir jetzt mal, oder? Ich würde erstmal kurz testen. SOS. Du schaffst das. Kein Druck. Okay, so. Am Gesicht vorbei. So meinst du? Uff, fast. Oh, fühlt sich immer cool an. Die Zwille ist aber an sich geil. Also es ist halt das perfekte Holzstück. Wie lange hat es jetzt gedauert? Fünf Minuten? Ja, es hat nichts gedauert. Also wir haben gequatscht, aber fünf Minuten. Da ist schon Bums hinter. Ja. Ja. Ja, aber da muss man treffen können. Ja, mach nur noch. Einmal noch. Einmal noch. Alter, das Ding ist, das ist eigentlich halt, die bewegt sich da auch. Das sehe ich ja auch. Ey. Wisst ihr? Das war's nicht als erster Treffen. Masse DJ, Hallöchen. Oh, ruhig. Ach, fuck. Oh. So extrem bin ich. Ey, ich war's. Nein. Da bin ich jetzt aber beleidigt. Alter. Wie das geschafft. Danke, liebes Follow. Hey Junge, weißt du? Da bin ich beleidigt. Lass mal einen richtig fetten Stall. Alter. Philipp nimmt immer die Zwille in die Hand und macht die Flasche kaputt. Einmal, hallo, hallo. Der hat schon ein paar Mal geschossen. Boah. Alter. Aber es ist voll geil, weil es geht durch und jetzt weißt du genau. First Try. Guckt euch das mal an, das ist Titan. Was hast du geschossen? Im Stein? Total. Junge, das hat auch gezappert da. Aber jetzt passt. Jetzt ist es besser, oder? Ja. Danke. Erstmal die Flasche zerdengelt. Das ist schon ein geiles Gerät. Ich würde sagen, ey, fünf Minuten. Wir haben das noch nie gemacht. Du konntest mal Axt werfen. Ach du meine Gütele. Alter, richtig. Er passt halt nicht in die Flasche. Klar, ich werfe auch erstmal mit Axt. Ja. Durch die Gegend. Mit Äxten. Axt, Äxte. Fuck you. Ich sag doch, Treffen ist nicht einfach. Ja! Ja, aber das Ding ist, das Eichen bewegt sich ja auch. Weiß ich ja jetzt nicht. Treffsicher, minus 100 Prozent. Ah, warte, war knapp. Boah. Ähm, kurze Frage. Ah, ich hab die Frage vergessen. Wenn du... Ich muss mir den Finger abschneiden. Ja, nein! Was? Junge! Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur gehört. Geile Scheiße! Junge! Oh! Maschine! Wir haben einfach ein Tier erlegt, Alter! Stark! Geil! Nee, jetzt musst du hin. Weißt du so, ich stell mir das grad vor. Wir beide stehen so da. Batsch! Joooooo! Wir holen euch um. Hä, wo ist ich hin? Ja. Oh nein! Oh nein! Ist halt echt so. Alter, jetzt hab ich mal einen Maul! Oh 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 oh! Jetzt muss ich aber langsam auch. Aber jetzt hast du gemerkt, es ist ein Gefühl. Erfst du voll? Joge, wie geil. Okay, es ist richtig gut. Cool. Also, Zwille ist gesetzt. Ja. Ja, ja. Pfff. Ja. Das hast wohl doch ein bisschen mehr zugenommen. Ja. Sehr gut, ne? Weil sind wir jetzt soweit fertig. Wie fandet ihr es zusammen zu arbeiten, so das erste Mal? ich habe ja viel vorher schon gequatscht und so aber auch beim sägen und ich glaube gerade da brauchst du ja sie gut aus mir auch gesagt gedacht auch beim hacken und so ich finde dass wir uns gut ergänzen und der andere das was er weiß dem anderen beibringt ohne dieses station zu haben was ja menschen haben so guck mal ich mache das ich kann das besser auf jeden jetzt haben wir erstmal nach hause würde ich sagen und packen die flasche ist jetzt noch nicht 100 prozent final aber mit den neuen learnings was man braucht und was nicht fangen wir jetzt anzupacken deswegen machen wir jetzt und früher auf die brühe hätte ich gesagt machen wir die medikamente es geht gerade darum ob wie viel die nema also die nema ist übrigens eine extrem reiß feste dünne schnur viel besser als paracord für den zweck jetzt geeignet und aber nicht so dick wie paracord eigentlich wird quasi die nema schnur naturschnur was du schon gesagt hat aus ziederbaum und angelschnur das werden so die schnüre sei mit der andere schnur kannst du kleinigkeiten machen und mit dem kannst du richtig stabilen scheiß bauen wenn wir sagen wir packen das sind ein von so ein so einmal hinten rum und easy sie gut aus maschine zumindest in der theorie das muss ich können oh mein gott guck mal wie gut damit und jetzt wir können diese selber mit so einem schraubenden auf oh mein gott wie clever ist gleich ganz bündig am besten ja vielleicht einfach abschneiden genau ich habe das irgendwann mal irgendwo auch so ein bisschen wieder verloren irgendwo reingesteckt oh mein gott wie gut ist das denn ja schraubendings schrauben schrauben ja schraubendings da kommt ein ganzes angelzeug rein die ganzen haken ist ungefähr würde ich sagen von der höhe doppelt so wie das was wir bei der ersten flasche hatten jetzt machen wir 150 meter angeschnur akkuschrauber sei doch das ist die 18 in 1 seile von dr bronner die haben jetzt ein lavendel weil ich die lavendel immer nehme aber die mittels wahrscheinlich eher pfefferminz oder? ja hä? auch ne ich habe eine pfefferminz an der glissika wirklich? ja ne ist mir gerade eingefallen das ist ein tropfen was ist ich denke ich scheiße oh boah ein sein aber stark alter du hast wahrscheinlich auch mehr als ein tropfen das brauchst viel weniger alter ich habe mir richtig die zunge gesagt das ist wirklich lavendel das ist wirklich lavendel aber ich würde glaube ich eukalyptus die kannst du nicht machen lassen alter ich finde die beiden ja irgendwie süß das denke ich mir schon den ganzen das ganze video irgendwie irgendwie schippe ich die voll ich finde die voll süß zusammen scheiße wo bin ich da hingewiesen das schmeckt so widerlich das schmeckt so widerlich oh mein gott also hier sind jetzt bestimmt 150 mindestens mindestens die passt zu mir ich will nicht genauso viele Leute anstellen nicht so viel gebraucht auf alle Fälle die hatten eine gute Zeit zusammen ne denke ich mir auch so die Grillzange fehlt die Grillzange fehlt irgendwas? Reis? und langsam zum Verzweifeln? oder gehts noch? ich bin die Ruhe in Person ich bin verliebt ich bin bei Super Mario 5000 mal immer runtergestürzt ich hab trotzdem immer weiter gespielt das ist euer Plan jetzt was ihr mitnehmen müsst wenn ihr das bepacken wollt dann vor Ort diese chinesischen Stäbchen sind glaube ich mal ganz cool und Magneten so kriegst du den Feuerstahl hier noch an die Seite aufgelegt vielleicht mit dem Asiastäbchen so reingefädelt ich würd's halt einfach so reinmachen weil wir wissen wir haben das Band dabei dann müsst ihr sowieso noch ein paar mal neu packen das ist jetzt nur Test ob's passt ja genau aber warum sollte man das theoretisch denn dafür jetzt ran machen oder? keine Ahnung hier wird grad fachmännisch geknotet so ist die Scheu muss erstmal gehen so fertig gepackt ich mach mal die Magneten ab boah da ist auch so viel Platz da ist noch mega viel kann man echt noch gut fühlen aber was sind jetzt da alles drin? hier unten ist auch noch achso ja ok gut da ist eine richtige Seite frei was haben wir jetzt nicht drin? Pinzette Pinzette Pflaster Elektrolyte Elektrolyte und alles andere kann man man kann halt schon über die Notennahrung nachdenken das ist natürlich kein Muss du mit dein Rumgefresser ja natürlich die die vorher genau zwei Bissen pro Mittag essen aber wisst du was ich pack dich wieder aus wenn du es grad so schnell eingepackt hast ich kann damit leben wir haben jetzt hier oben eine Schnur quasi unter den Deckel gemacht weil wir Angst hatten dass wir es nicht mehr rauskriegen und jetzt ist das quasi das würde ich auch so machen schon oder? also hier haben wir das vollgepackte Spiraling mit allem möglichen Zeug und da kannst du jetzt mal ausschütten wir haben den Griff von dem großen Messer von UG Tools unten in den Griff reingesteckt ein 1mm Zwillengummi zwei zwei 1mm Zwillengummis ein 2mm Zwillengummi noch ein 2mm Zwillengummi richtig fetten Feuerstahl finde ich persönlich übertrieben Big Feuerzeug dann Multitool Victorinox Spirit die Kettensäge und die Klinge die hier dazu gehört was wir jetzt nicht haben ist die Scheide aber das hat vielleicht sogar noch Platz gehabt und wir gucken mal was die uns basteln genau die Jungs die bauen ja noch was du willst noch was zu essen haben und du würdest gerne noch Kohl mitnehmen da oben kommt jetzt noch das Zahnpasta Draht kommt noch aufgewickelt Zahnwürste ja aber ihr seid gut aufgestellt oder? ey danke dass ihr da wart war ein lustiger Tag danke für die Hilfe aber ich würde es gelten wenn ihr da auf alle Fälle ein bisschen länger von bleibt als bei Jungs Challenge accepted ja wir sind am Ende des Videos wenn es euch gefallen hat lasst ein Abo da drückt auf gefällt mir schreibt was nettes in die Kommentare Glocke aktivieren Glocke aktivieren tschüss tschüss voll sympathisch die sind auf jeden Fall die harmonisieren die harmonisieren harmonieren sehr gut ich freue mich auf jeden Fall auf das Team aber ich hätte mich natürlich auch über dieses Team gefallen ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall ich fand es ein mega cooles Video und ich habe jetzt noch nicht genau alles so verstanden was jetzt genau in die Flasche da jetzt alles endgültig drin ist aber das Werkzeug sah auf jeden Fall gut aus und die haben auf jeden Fall noch Platz und ich bin gespannt was am Ende alles noch dann bei denen drin ist weil Knossi und Sascha Sascha haben wir komplett 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 gesehen wisst ihr wie ich meine? das fand ich richtig cool und bin auf jeden Fall gespannt was wir dann noch so in der Hauptserie dann komplett alles sehen auf jeden Fall wieder ein mega 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 cooles Video und jetzt auf jeden Fall und da das Video wie bei dem Video